Oh, wie cool! Es gibt einfach jetzt die beste Deko aller Zeiten. Eigentlich wollte ich euch schon gestern Bescheid sagen, aber jetzt heute. Leute, es gibt die beste Dekoration aller Zeiten. Die Ice-Kathrin hat eine Schwester bekommen. Und zwar bei diesem Event bekommen wir diese Dekoration. Ist das nicht cool? Ice-Kathrin, du hast eine Schwester bekommen. Hier, zack, da ist es. Sind sie einfach nebeneinander. Wie cool, die muss ich einfach haben. Auch wenn ich das Angel-Event echt nicht feiere und auch nicht gerne spiele, werden wir es jetzt spielen und sie dann bekommen. Klar, wir bekommen sie jetzt nicht direkt, weil wir sie erst bekommen, sobald das Event vorbei ist. Aber wir bekommen es dann, sobald das Event rum ist. Ice-Kathrin bekommt die Schwester und nicht die Sand-Kathrin. Wie cool ist das denn? Dafür müssen wir, weiß ich nicht, wie viel Kilo angeln. Ich glaube, 120. Machen wir jetzt direkt. Werden wir noch einen Schub aktivieren. Aber erstmal Sommer-Angel-Ereignis. Das Sommer-Ereignis ist da. Oh, ist das nicht cool? Boah, ich freue mich echt. Also, ich freue mich. Okay, ich zoome mal einen kurzen Schub raus. Weil wenn man schon die Schübe hat, dann sollte man das auch definitiv nutzen. 25% mehr. Let's go. Sand-Kathrin, ich komme. Oh, wie geil. Oh, Angel ist so kacke. Der erste Fisch hier dauert einfach schon 20 Minuten. Weil die ersten beiden Fische sind mir abgehauen, weil die schon so genau so einen, ja, miefigen Move machen wie dieser Fisch gerade. Ei, 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 aber 15,5 Kilo. So muss es sein. Oh, wir sind kurz davor, die Sand-Kathrin zu bekommen. Oh, ist das nicht geil? Oh, Mann. Ich würde es ja ließen jetzt schon haben. Haben, knuddeln und auf die Farm stellen, bitte. Direkt. Direkt. Ey, das war mal eine Challenge, die in echt nachzubauen, die Sand-Kathrin. Das wäre echt mal eine gute Sache. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie ihr große Fische angelt, guckt jetzt mal oben rechts. Habe ich ein Video verlinkt. Dann wisst ihr genau, wie man große Fische angelt. Das ist ein sehr guter Tipp und so habt ihr das Angling-Event direkt abgeschlossen. Kommen Sie, Herr Zander, kommen Sie. Und mit großen Fischen mache ich natürlich schwere Fische. Das ist für mich immer das Gleiche. Obwohl es nicht das Gleiche ist, ich weiß. Aber ihr wisst, was ich meine. 15 Kilo Fische angeln. Einfach auf das Video klicken und genießen. Oh, direkt noch einen. Das ist sehr gut. Das freut auf mein kleines, warmes Herz. Komm schon. Wir wollen die Sand-Kathrin. Sand-Kathrin. Oh, ein Karpfen. Nice. Den haben wir natürlich auch gerne mit. 45 Kilo. Muss man mehr angeln bei dem Event? Irgendwie kommt mir das gerade ein bisschen komisch vor. Hm. Ja, wir werden es sehen. Noch ein Karpfen. Nice. Oh ja, meine Vermutung ist wahr. Ich hatte nämlich jetzt gerade noch beim Angeln. Boah, 16,5 Kilo. Das ist ein dickes Ding. Vermutung, dass man 90 Kilo braucht. Können wir kurz gucken. Um das globale Ereignis freizuschalten. Ja. Und 180 dann für alles. Also noch 29 Kilo. Dann haben wir sie. Die Sand-Kathrin. Aber wir machen trotzdem natürlich 180 voll. Weil jetzt zweimal Klopapier möchte ich auch haben. Ist zwar bei weitem nicht so wertvoll, wie die Sand-Kathrin. Aber trotzdem möchte ich das auch haben. Ist ja nicht mehr... Ist ja nicht so viel mehr angeln. Der nächste Karpfen. Wieder 16,5 Kilo. Oder... Boah, nee, 15. Boah, 1,5 Kilo weniger. Boah, hat der nichts gegessen im Wasser, oder was? Krass. Da ist sie. Da ist sie. Vier Diamanten. Und Sand-Kathrin. Am Stüssel. Und nochmal 16,5 Kilo. Oh, 150 sind es. Okay, nicht 180. Na gut. Das sieht ja auch machbar aus. Juhu. Komm, komm. Ah. Los. Geht's rein. Bei Fuß. Feini. Ein Feini. Zander. Sehr gut. Ich war, glaube ich, noch nie so motiviert beim Angel-Event. Lichterbahn in Belohnung. So einfach, so einfach kriegt man mich motiviert. 150 Kilo. Wir haben genau eine Punktlandung geschafft. Hier die Sand-Kathrin freigeschaltet. Oh ja, wie cool. Ähm. Der letzte Fisch war noch ein Seestör. Den habe ich natürlich vergessen. Jetzt hat uns nur die Riesenbarbe gefehlt, um alle Fische zu haben. Aber ja. So ist es. Genau. Sand-Kathrin, da bist du. Ich freue mich schon, dich hier auf der Farm sehen zu dürfen. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Angeln. Und schreibt mir gerne eure Meinung zu der Sand-Kathrin. Zur besten Deko aller Zeichen in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Lass gerne einen Daumen nach oben da ab. Würde mich sehr freuen. Und ich habe mir noch für 25 Diamanten hier die Angelschübe gegönnt. Denkt immer an den Creator-Code. Alle sieben Tage neu eingeben. So Römer B. So Riesenunterstützung für mich. Danke an denen das macht. Und ja. Viel Spaß beim Angeln. Viel Spaß beim Kommentarschreiben. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.